Bayer 04 überrascht dich. Hallo, Lea. Hallo. Ich habe heute eine kleine Überraschung für dich. Ich habe gehört, du hast eine neue Dauerkarte bestellt. Und du bist schon länger Bayer 04 Fan? Ja, also meine Eltern sind ja schon immer Bayer 04 Fan und durch die schon eigentlich mein ganzes Leben. Ja, ich habe auch noch eine andere Überraschung, wo ist mein kleiner Helfer hier. Wir haben nämlich auch noch ein Trikot. Für dich und auch die ganze Familie. Ich hoffe, es ist gelungen die Überraschung. Auf jeden Fall, ja. Sehr gut. Ciao, Großer. Ciao. Tschüss. Hole auch du dir deine Dauerkarte für die kommende Saison im Ticketshop auf Bayer 04.de.